Agnese of Light Und Exor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warte mal. Data ist Rampage und Exor ist Grux. Grux Jungle wahrscheinlich. Ja okay. Habe ich keinen von denen im Team. Jo. Sehr gut. Ich habe eine Deck als Support. Erste Runde heute. Ich hoffe wir verkacken nicht. We will see. Lass erstmal safe in Tower stehen. Wir werden das Kind schon schaukeln hier. So. Also Exor und Data im Gegneteam. Zwei Spieler die man kennt. Oder die ich zumindest kenne. So. Die haben beim Red Buff natürlich geholfen. Kann natürlich sein, dass der dass der Grux uns schnell ganken will. Jo. Immer wenn ein Nabash im Gegnerteam ist immer hinter den Minions stehen bleiben. Oh yeah. Genau damit eigentlich sowas nicht passiert. Dass man gestunt wird. So. Wenn die Decker gleich noch einen Stunt trifft. Jetzt müssen wir natürlich auffassen, weil wir weit gepusht haben. Habt ihr gesessen? Ach scheiße. Bütz. Bütz. Der Nabash heilt. Ich hoffe, er verbraucht seinen Mana. So. Der hat ein paar Shots kassiert. Ähm. Grax ist auf der Offlane übrigens. Und der Rampage ist im Jungle. So wie es aussieht. Da kommt Rampage. Ja. Twin Blast hinter... Nein, er hat mich. Twin Blast hat mich. Schade. Und der stirbt auch noch. Ja. Hätten wir einen Jungler. Wird es da ein bisschen besser laufen, aber... Okay. Immer noch ein Wort mit. Wer ist denn unser Jungler? Severog. Severog. Ist im Jungle aktuell. Na, die haben jetzt zwei Kills geholt. Hätte der... Wäre der Twin Blast nicht noch mit drauf gegangen, wäre es anders ausgegangen. Aber der Twin Blast ist sehr gut mit rotiert. Wäre der Twin Blast ist sehr gut. Okay. Dann hoffen wir, dass unser Jungler auch mal irgendwann kommt. Autsch. Das Problem ist, der Nabesh hat einen Stun und einen Heal und Decker hat einfach nur einen Stun. Also wir gewinnen da jetzt momentan nix. Deswegen müssen wir gerade mal safe spielen, bis der Jungler, äh, irgendwann kommt. Jungler. Ja. Hat sie... Hat ihn gesloat, aber... Da passiert nix mehr. So. Ich muss aufpassen, dass hier kein Rampage kommt. Ach du Scheiße. Jo, den hab ich. Der blinkt raus. Ach, da haben wir einen Jungler. Wenn er seine Attacke gemisst hat. Aber alles cool. So. Ich hab jetzt meinen Snipe. Wie Murdoch so schön sagt, sein Snipe ist ab. Okay. Die Warden. Decker kommt wieder. Immer hinter den Minions bleiben. Dann kann der Nabesh mich kaum treffen. Nicht ausgeschlossen, dass er mich trifft, aber... Na. Ja. Wo ging der hin? Machen wir mal das... Das Ding hier. Okay, Rampage kommt wieder. Er ist halt jetzt auf uns abgesehen. Ach du Scheiße. Okay, aber Rampage ist wieder in seinen Busch gegangen. Wir bräuchten halt auch immer einen Jungler. Der war bis jetzt einmal hier und hat nichts gemacht. Der ist jetzt das dritte Mal da gewesen. Konnt natürlich jetzt nicht ganken, weil wir zum Namen unserem Tower stehen. Aber er war da. Er war da. Ja, da geht's los. Ich bin Ramp. Den hab ich nicht gesehen, weil wir da kein Ward im Busch haben. Tech Speed und das hier. Okay. Was hat sie gebaut? Sie hat ein Ward dabei. Okay, der kleine Raptor ist da. Damit stehe ich 2-2. Twin Blast steht 2-1. Natürlich ein bisschen besser. Und er hat noch zwei Assists. Ich hab keine Assists. Den nehm ich mir natürlich mit. Hallo Borat. Hab heute beide Podcasts gehört. Echt cool. Bin froh, dass Bari OP mal gespielt hat, um objektiv zu sein. Yes. Also ich glaub, der Bari, der findet's auch gar nicht so schlecht. Aber der muss momentan arbeiten. Aber bald hat er frei. Dann wird er, glaub ich, auch ein bisschen mehr spielen. Okay. Jetzt hat Deckard gewordert. Da kann ich leider nicht... Ich seh deren Jungler nicht. Ich seh deren Jungler nicht. So, deren Ward schon mal verkackt. Jetzt hat die dann... Okay, der eine Ward läuft gleich aus. So, deren Jungler ist in der Mitte. Nebenbei die Kettensäne gereinigt. Top Unterhaltung. Ja, geil. So muss es sein. Ja gut, dafür ist ein Podcast ja auch da, ne? Dass man was nebenbei machen kann. Ja, guck mal, wo unser Jungler da wieder herkommt. Oh. Oh, oh, guck mal, was er da gemacht hat. Ja, jetzt brauche ich irgendwie einen Decker-Stun oder sowas. Boah, Exor zu wenig HP, 20 Sekunden. 15 Sekunden. Ach, schade, er ist weg. Er ist weg. 5 Sekunden noch. Ich muss jetzt aufpassen, weil wenn ich jetzt einen... wenn ich jetzt eine Keule abbekomme vom Nabisch, bin ich tot wahrscheinlich. Deswegen, ich freeze jetzt hier einfach erstmal kurz die... die Wave hier. Ich habe daneben geschossen. Ich habe auf den Typ geschossen, der da rumgeflogen ist. LOL. Ich hole mir mal das Teil da. Lass mal auf Grux gehen, oder? Gut. Gut. Ach, du Scheiße, Moment. Ich habe noch einen Blink. Aber wenn... wenn... wenn der Dings jetzt kommt, dann haben wir ein Problem. Ja, den Tower kriegen wir eh nicht, oder? Der Decker muss gerade ein bisschen defen. Doch, doch, den kriegen wir. Weil Rampage ist auf der Mitte. Ja, sehr geil. So, jetzt gehe ich schnell weg. Kaufe mir das Cremetörtchen. Jo, und dann bauen wir das Schwert. Kann ich leider gerade nichts bauen von. Ah, die wollen Decker haben. Ist der Tower gefallen? Oh, Rampage. Ja, Rampage stirbt, aber... Sehr gut. Und der Tower lebt noch. Wir müssen jetzt eigentlich unseren, äh... den Raptor machen. Leider ist Decker tot. Go, Murdoch. I will ping before I try to stun. Hier ist ein Ward. Gucken wir mal, ob wir den... den Boy da kriegen können. Scheiße, ich hänge immer an der Ecke fest. Hat er ein Ward? Loll, und er ultet. Vielleicht können wir die Mitte stellen machen. Da ist Nabesh. Jo, Severop will den, äh, Raptor machen. Da bin ich dabei. Ja, das ist prima. Viva Colonia. Ich hoffe, er benutzt auch sein... sein Smite gleich. Loll. Den haben wir gut erwischt. Okay, noch mal. Zack, zack, zack. Ja, Grugs hat... hat wieder unseren Feng Mao gekillt, was nicht so geil ist. Kommen wir in den Healtank rein. So, ich hoffe, er smitet jetzt. Au, au, au. Alter, ich treffe ihn nicht. Shit. Ich will sowas von tot. Ey, ich hab sogar den Nabesh geultet und er ist nicht gestorben. Aber wir haben den Raptor bekommen. Ich hab den Nabesh sogar geultet, er ist nicht gestorben. Oh, so ärgerlich. Unser, ähm... Ah ja, okay. Unser Feng Mao hat 0,4. Und Grugs natürlich jetzt 3,1. Der ist auch rüber rotiert. Was sehr stark ist. Die könnten... Die könnten den Prime machen. Wenn wir das jetzt nicht zu verhindern müssen. Ach, scheiße. Er hat mich. Ich bin sowas von tot. Hier, oh, die Kloppen. Guck mal, es macht keiner Damage. Es macht keiner Damage. Niemand. Ja, das ist ja sehr... Ja, also. Es macht kein einziger Schaden. Habt ihr gesehen? Ich hab zwei Low geschossen und es ist einfach nichts mehr passiert. Feng Mao steht 0,5. Okay, warte mal einen Moment. Ich muss das hier verkaufen, damit ich hier das Item holen kann. Ich hab gleich, wenn mein Item voll ist, hab ich einen Spike. Dann müssen wir mal gucken. Ich brauch halt auch jemanden, der aufpasst, weil die haben drei Tanks. Mein nächstes Item wird die Kettensäge sein. Die der Borat so schön gereinigt hat. Weil die haben Nabesh, Grugs und Rampage. Da brauch ich die Kettensäge. Lifesteal muss halt dann das nächste Item sein. Also erstmal Kettensäge und dann Lifesteal bauen. Aber erstmal muss ich das Schwert fertig bauen. Schön gecaged, den Boy. Okay. Ich krieg meine Pump... Ja, okay. Jetzt ist meine Pumpgun rausgekommen. Ich krieg meine Pumpgun nicht weg. Ich werd so weggecaged. Ja, und Feng Mao ist da irgendwie im Gegner-Jungle. Shit. Kann kein Range spielen, weil ich zu wenig... weil ich zu wenig Helden habe. Ach, du meinst äh, Ranked. Ja, aber die Helden kannst du einfach freispielen. Also du kannst es ja einfach kaufen. Von normalen Münzen. Okay. Ja, wir haben... Wir haben kein... Wir haben kein... Also wir haben... Eigentlich einen vernünftigen Tank, aber keinen, der dann Damage macht. Den Braves können wir vergessen und sonst der Feng Mao auch. Ich muss... Ich muss komplett Damage machen. Moin, Baden. Was geht ab? Ja, ab erst mal 2000 Gold. Ja, aber mit 2000 kannst du schon mal einkaufen. Komm, um Rechtsklick, Digga. Autsch. Loll, wohin? Wo ist der Hauzer? Ich muss... Ich muss durchs Portal. Ähm... Ich musste durchs Portal. Ist da noch einer low? Ne. Ja, jetzt holt sich der Grux da die ganzen Spieler noch. Unglaublich. Der Grux macht's ja alle. Boah, jetzt... Jetzt pushen die da auch noch. Komm, 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 komm. Gehen die Prime oder den... Den Raptor machen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas davon machen. Die machen nicht den großen Prime. Wenn, dann machen die den Raptor. Ach, das ist scheiße. Nein, ich hab keine Ult mehr rausbekommen. Meins... Oh, der wär so tot gewesen. Ja, der... Der Dings rafft nix. Ne, nicht aufgeben. Der Fang Mao rafft nix. Der versteht... Der weiß nicht, was er machen muss mit Fang Mao. Äh, ich mach... Ich mach ein bisschen was. Bis neun oder zehn oder so. This is why you ban Rampage or pick him. Yes. But Fang don't know what he's doing. Sadly. Maybe he's new. Jetzt machen die den Raptor. Thumblas geht da rüber. Das gibt's nicht. Ich treff ihn nicht. Ja, ich hab ihn. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn. Warum ist denn da keiner von meinem Team? Guck mal, der Hawitzer. Ja, es geht keiner hin. Ähm, death or attack do something Ja, find ich geil. Guck mal, die stehen da... Die stehen da... Ich glaub, die wollen aufgeben. Ich glaub, da passiert nix mehr. Die stehen da im Gras rum. Keiner... Also, farm. Death left. Also, da macht keiner mehr was. Schade. Das könnten wir eigentlich noch drehen. Mein Team macht gerade gar nix mehr. Ja. Es... Die Lanes nicht. Sie haben den, ähm... Raptor nicht contested. Was schon mal sehr schlecht ist. Den Raptor nicht zu contesten, ist immer wack. Ah, ich versuch, hinzukommen. Wenn ich jetzt durchs Portal gehe, hab ich ein Problem. Ich muss über die Midlane gehen. Der geht rein und wird instant sterben. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. geultet, Alter. Ich brauche unbedingt Lifestyle. Jetzt kommen hier die Minions. Yes. Oh, Grax. Loll. Den habe ich. Bin blast. Ich habe keinen. Ich bin tot. Nein, ich hätte rausflashen müssen. Egal, der holt den mittleren Inip. Sehr gut. Sehr gut. Komm, hol den Inip. Mach's, 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 mach's. Ich brauche jetzt Lifestyle unbedingt. Ähm. Ja, mehr kann ich gerade nicht kaufen. Er muss den Inip holen. Hol den Inip. Macht der überhaupt Schaden? Der macht gar keinen Schaden. Na doch. Jetzt ult ich ihn. Loll, er flasht daneben. Lol, er ultet daneben. Mach doch deine E, dein Schild, irgendwas. Digga. Habt ihr das gesehen, Leute? Der Grax hatte wie viel HP? Wie viel Prozent? Ward. Raptor. Ja, wir müssen jetzt ein Raptor warden. Den dürfen die jetzt nicht bekommen. Ich hab noch ein Level ab. Die Wilde sind hier. Ach du Scheiße. So, den Rest müsst ihr machen. Decker. Jawohl. Ich push jetzt hier, weil wir sind eh schon weit vorne. Ah, da sind keine Minions. Nein. Ja. Er hat die zurückgesetzt. So, ich muss, ich muss backporten, weil rechts pusht der, ähm, der Rampage. Der will nämlich den, äh, in den Polen. Okay. Ich hab meinen Blink verkackt. Na, komm. Machen wir gerade einfach die Schießerminions weg. Der Rest geht automatisch. Ach, Scheiße. Dann haben wir. Dann haben wir. Poulsor da oben. So, ich muss mich eigentlich wieder vollheilen können gerade. Prime spawnt gleich auch wieder. Ich bin ja fast Full-Bild. Ich geh, ich geh den Prime machen. Ich weiß nicht, was die, was die jetzt da vorhaben. Wollen die finischen? Zwölf Sekunden. Feng Mao hat einen gekillt. So. Ich gebe mein Bestes, den schnell zu machen. Wer ist denn das da? Decker ist weggekommen. Ich bin bei der Hälfte. Also, wenn der Grux jetzt nicht hierher kommt. Dann kriegen die den, äh, Dings auf jeden Fall nicht. Okay. So. Aber der, deren Inhab lebt noch. Scheiße. Schöner Stunt. Boah. Mein Herz, mein Herz. Ich geh back und kauf mir mein, äh, schwarzes Stein. Den hier. So. Okay. Niemals aufgeben, Leute. Niemals aufgeben. Auch der Feng Mao hat mal einen Kill gemacht. So, jetzt hole ich mir den schnell den Blue Bug noch, weil der gibt mir auch ein Schild. Und ein Schild können wir gebrauchen. Der mittlere Inhab ist nochmal gefallen. Das bedeutet, wir sollten jetzt die rechte Lane pushen. Und einfach den rechten Inhab nehmen. Und dann sollten wir in der Lage sein, einfach den Core zu machen. Oh, da ist Nabash. Stun, stun, stun. Hä? Achso. Okay. Wir haben den. Den nimmt es weg. Jetzt krieg ich aufs Maul. Immer auf die Carries gehen. Jo, ich geh aus der Howitzer-Ulti raus. Schaff's aber nicht. Okay. Ich wollte auf Drugs schießen, aber ich hab vergessen, dass ich keinen Instacast drin hab. So, jetzt auf den Core. Jo. Boah. Leute. Krang in Wettkampf. Silber 2. Wow. Ist das gut? Oh Mann. So, lass mich mal mein Hero Damage sehen. Erstmal hier gucken. Also, meiste Gold hab ich. Schon mal sehr gut. Sonic, du sagst, ey, komm, aber unser Feng Mao, Alter. Du beschwerst dich gegen einen 1-8-Feng Mao. Ich hab gesehen, wie der gegen dich am mittleren Inip gefightet hat. Du hattest irgendwie 10% HP und er ist doch weggelaufen von dir, weil er keine Attacken getroffen hat. Also, laber nicht. Oh, ja, guck mal. Das sagt, ich hab die ganze Zeit gesagt, keiner macht Damage, Alter. Keiner macht Damage. Aber er hat jetzt auch noch ganz gut Schaden gemacht. Immerhin mehr als jeder von euch. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice.